Wussten Sie, dass Nordafrika in der Antike ein Gebiet der Wissensverbreitung war? Sowohl in den Städten als auch auf dem Land? In diesem Video konzentrieren wir uns auf Algerien, ein Gebiet der Bildung und des Wissens in der vorislamischen Zeit. Im nächsten Video werden wir uns mit diesem Thema für die Zeit nach dem Aufkommen des Islam befassen. Welches Lehrsystem gab es in den Schulen des alten Algerien? Was waren die Städte des Wissens? Welche Persönlichkeiten haben schließlich ihre Spuren in der vorislamischen Zeit hinterlassen? Erinnern wir uns zunächst daran, wie ein algerischer Historiker und Archäologe in einem Werk über die antiken Städte Algeriens treffend erklärt, Nordafrika war in der Antike eine der am stärksten urbanisierten Regionen des Mittelmeerbeckens. Während Gallien zu dieser Zeit eine stark ländliche Provinz war, war Nordafrika und insbesondere, was heute Teil Algeriens ist, um die Stadt herum organisiert. Die Stadtbewohner entwickelten tatsächlich eine städtische Kultur. Ein Bildungssystem wurde eingerichtet. Bildungssystem Manchmal harter, aber effektiver Unterricht. Gemeinden und wohlhabende Bürger vervielfachten die Zahl der Schulen, ohne dass der Staat eingreifen musste, sogar in den Dörfern, erklärte Charles-André Julien, französischer Historiker und Journalist, Spezialist für Nordafrika. Er fügte hinzu, nordafrikanische Schulkinder lernten zunächst unter der Anleitung eines Lehrers lesen, schreiben und zählen. Wenn sie dann ihr Studium fortsetzten, schlossen sie ihre Geisteswissenschaften unter der Leitung eines Grammatikers ab, der sie die Klassiker auswendig lernen ließ und ihnen die Regeln erklärte. Er unterrichtete sie in Grammatik, kümmerte sich um ihre Aussprache, brachte ihnen Literatur bei und ließ sie lateinische Reden verfassen. Es ist wahrscheinlich, dass er ihnen auch Grundbegriffe von Musik, Metrik, Philosophie, Mathematik und Astronomie vermittelte. Im Laufe des Studiums bereitete der Grammatiker das Kind darauf vor, die Lehren des Rhetorikers gewinnbringend aufzunehmen laut Louis Holz, ehemaliger Universitätsprofessor in Frankreich. Mit etwa 17 Jahren gab der begabte oder wohlhabende Schüler den Grammatiker auf und wechselte zu den Lehrern der Großstädte, den Rhetorikern. Sie lernten den Umgang mit Paradoxien und die Schulübungen dienten zur Entwicklung der Beretsamkeit. Literatur, Geschichte, Philosophie, alles nahm bei den Rhetor-Professoren eine regnerische Form an. Ein Dichter namens Juvenal beschrieb dieses Afrika, in dem der Rhetor-König war, als Nährmutter der Anwälte. Antike Städte Algeriens, Städte des Wissens Zirta, eine der ältesten Städte Algeriens, war zunächst die Hauptstadt des Königreichs Nomidien, dann eine Provinzstadt in Afrika Nova. Dem römischen Kaiser Konstantin I. verdankt die Stadt Zirta seit dem Jahr 313 ihren heutigen Namen, Konstantina. Etwa 100 Kilometer südlich von Konstantin I. liegt die antike Stadt Timgat, die 1982 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Timgat, auch Pompeji Nordafrikas, genannt, hat Inschriften von außergewöhnlichem Reichtum hervorgebracht. Die Archäologen haben detaillierte Informationen über kommunale Eliten im 4. Jahrhundert gefunden. Darüber hinaus wurden in Timgat-Inschriften mit sogenannten prinitiven, winzigen Buchstaben gefunden. Laut Experten handelt es sich um eine neue Schrift, eine Mutation, die im 3. Jahrhundert von nordafrikanischen Intellektuellen eingeführt wurde. Diese neue Schrift war der Ursprung aller üblichen lateinischen Schriften der folgenden Epochen. Die Timgat-Bibliothek zeugt von der kulturellen Lebendigkeit der Region. Eine einzigartige Bibliothek ihrer Art, erklärte Charles-André Xuying. Dort fügte er hinzu fanden wir zum ersten Mal die Ruinen einer dieser öffentlichen Bibliotheken, die häufig in Inschriften und in lateinischen Texten erwähnt werden. Zahlreiche Schränke müssen die Manuskripte enthalten haben, die auch die Schießfächer von drei angrenzenden Lagerräumen füllten. Auf relativ kleinem Raum ließen sich so vielleicht 23.000 Bände unterbringen. Madore oder Medaurusche, ein wichtiges Zentrum mit kultureller Ausstrahlung beherbergte eine der ersten Universitäten auf dem afrikanischen Kontinent und wurde von großen Persönlichkeiten der Antike besucht. An der Südküste des Mittelmeers erlebten die antiken Städte des heutigen Algeriens, wie Zirta, Caesarea, Timgat, Hippone, Tagaste und Madore um nur einige zu nennen, die Geburt, Bildung und Entwicklung gelehrten, die oft mehrsprachig waren. Persönlichkeiten des alten Algerien Juba II, König eines riesigen Königreichs Juba II, geboren 52 v. Chr. gestorben 23 n. Chr., stammte aus einer Linie nordafrikanischer Könige und war als Sohn von Juba I. ein Nachkomme von Massinissa und Jugurtha. Im Jahr 25 v. Chr. wurde Juba II, der in Rom eine griechisch-römische Ausbildung erhielt, König von Mauritanien. Sein Königreich war riesig. Es erstreckte sich vom Atlantik bis zu einem Teil des Territoriums des heutigen Tunesien. Das Königreich Mauritanien umfasste Tinkitanisches Mauritanien, Caesarianisches Mauritanien und Zertifianisches Mauritanien. Caesarea von Mauritanien, heute Churchill, wurde zur Hauptstadt des Königreichs und konkurrierte mit Carthago und Rom. Unter seiner Führung entstanden mehrere öffentliche Gebäude, Plätze, Foren, Thermalbilder, Theater, Bibliotheken. Die Herrschaft von Juba II. wurde von antiken Historikern positiv beurteilt. Der griechische Historiker Plutarch beschrieb ihn als einen der besten Staatsmänner seiner Zeit. Aber vor allem war sein Ruf als Gelehrter noch einprägsamer, behauptete Plinius, Autor einer Enzyklopädie. Juba II. war ein Polyglotter König, Berber oder Amazir, ein Gelehrter und Entdecker neuer Länder. Juba II. schrieb alle Arten von Werken zu Malerei, Theater, Poesie, Grammatik, Geografie, Archäologie, Geschichte, Medizin und Naturwissenschaften. Macrinus, Kaiser Im Jahr 217, im dritten Jahrhundert, wurde eine Persönlichkeit aus dem caesarischen Mauretanien zum römischen Kaiser ausgerufen. Opilius Macrinus, bekannt als Macrinus, ein in Caesarea, Churchill, geborener Amazire, ist ein römischer Kaiser mauretanischer Abstammung. Über die Persönlichkeit von Macrinus schrieb der französische Historiker Amédi Thierry, Macrinus stammte aus bescheidenen Verhältnissen und hatte sich den Ruf eines gelehrten und ehrlichen Rechtsberaters erworben. Er wurde zum Praetorianerpräfekt ernannt und verhielt sich in dieser schwierigen Stellung mit einer Aufrichtigkeit, die ihm die Wertschätzung aller einbrachte. Der Praetorianerpräfekt, lateinisch Präfektus Praetorio, war in der Spätantike der höchste zivile Verwaltungsbeamte des römischen Reiches. Petilianus Petilianus wurde 365 in Zirta, dem heutigen Konstantin, geboren und war ein brillanter Anwalt und Redner, der sich in Debatten innerhalb der Kirche engagierte, wie seine Reden und seine schriftlichen Werke belegen. Apuleius von Madure Lucius Apuleius mit seinem lateinischen Namen oder Apulei in Tamazierte, war ein ungewöhnlicher afrikanischer Berbergelehrter, der um 125 in Madure, Medarusche in der Nähe von Sugaras in Algerien, geboren wurde. Apulei war Mathematiker, Astronom, Arzt, Übersetzer, Jurist, Schriftsteller und Philosoph. Als Autor zahlreicher Gedichte und philosophischer Kommentare erlangte er mit seinem aus elf Bänden bestehenden Roman »Metamorphosen« oder »Der goldene Esel« Bekanntheit. Sein Roman fasziniert bis heute viele Leser auf der ganzen Welt. Gaius Marius Victorinus, Afer Gaius Marius Victorinus, bekannt als Afer, geboren im Jahr 290 in Tifisch, in der Nähe von Sugaras Gtagaste, war ein renommierter Rhetorikprofessor, der für sein enzyklopädisches Wissen geschätzt wurde. Als Philosoph, Autor zahlreicher Kommentare und Werke, darunter das »Buch der 24 Philosophen«, wurde sein Name auch unter den lateinischen Kirchenvätern aufgeführt. Die Statue von Marius Victorinus, amaziere römischer Bürger erschien auf dem Trajansforum in Rom, einem öffentlichen Ort, an dem Statuen berühmter Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben des römischen Reiches standen. Aelius Donatus, Dona Um 315 wurde ein gewisser Aelius Donatus auf Lateinisch namens Dona geboren. Von den Aures Regionen von Renchela aus bereiste Dona Bischof von Barei das Land, predigte, organisierte und symbolisierte den Widerstand der afrikanischen Kirche gegen die offizielle katholische Kirche einerseits und gegen das römische Reich andererseits. Donatus war der Ursprung des nach ihm benannten Schismas, des Donatismus, das die Christen im 4. Jahrhundert spaltete. Eine Statue auf einem Brunnen in Nürnberg veranschaulicht die Figur von Dona. Dona hinterließ mehrere Schriften und war insbesondere Autor Lehrwerken über lateinische Grammatik. Seine beiden grammatischen Lehrwerke, Artes Grammaticae, erlangten eine solch weite Verbreitung, dass sie als Standardwerke der Spätantike, des Mittelalters und teilweise noch der Frühnauzeit bezeichnet werden können. Diese Lehrwerke sind alles andere als vernachlässigbar, sie sind Handbücher, in denen zwölf Jahrhunderte lang Latein gelernt wurden, stellte Louis Holz klar. Für Fachleute stellt Donas Grammatik ein unvergessliches Denkmal der antiken Zivilisation dar. Aurelius Augustinus oder Heiliger Augustinus Aurelius Augustinus oder Heiliger Augustinus wurde am 13. November 354 in Tagaste heute Sugaras in Algerien geboren und starb am 28. August 430 in Hipporegius nahe dem heutigen Annabar auch in Algerien. Er war ein christlicher Philosoph und Theologe, der Bischof von Hippo in Numidien gewesen war. Augustin war Berber durch seine Mutter Muna oder Monik. Augustin sagte er sei sich seines Afrikanertums sehr bewusst. Aurelius Augustinus hat eine führende Rolle bei der Entwicklung der Vorstellung von himmlischer Gerechtigkeit und menschlicher Gerechtigkeit gespielt. Hatte Augustinus zunächst dafür plädiert, die Donatisten im Guten von ihren Positionen abzubringen, so forderte er später, man müsse mit Zwang und Gewalt gegen sie vorgehen, um auf diese Weise ihre Seelen zu retten. In Tagaste und in der kleinen benachbarten Universitätsstadt, Madore, die einen guten Ruf genoss, erwarb er eine Ausbildung, die der Historiker Charles-André Julien als »solide« bezeichnete. Diese Ausbildung gab ihm den Schlüssel, um die Literaten der römischen Welt zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden. Sein Werk »Bekenntnisse« gehört zu den einflussreichsten autobiografischen Texten der Weltliteratur. In diesem Werk »Konfessions«, Buch 1, beurteilte Aurelius Augustinus die Lehren, die er in Tagaste und Madore erhalten hatte, insbesondere die lateinische Grammatik und Rhetorik. Und obwohl er von der Härte seiner Lehrer traumatisiert war, schrieb dieser frühreife und begabte Junge aus den Aures mehrere Werke. Augustinus schuf ein überaus umfangreiches Werk theologischer Schriften, aber auch über Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik und Philosophie. In einem Zeitraum von ungefähr 45 Jahren verfasste Augustinus über 100 Werke. Der heilige Augustinus gilt als einer der vier Kirchenväter. Als einer der einflussreichsten Theologen und Philosophen der christlichen Spätantike prägte er das abendländische Denken. Alle Strömungen der Kirche lassen sich von ihm inspirieren. Auch Luther, der Reformator der Kirche, war zunächst Mitglied des Augustiner Ordens. Das Denken des heiligen Augustinus hat das 17. Jahrhundert in Europa stark beeinflusst. Es blieb eine der Quellen der französischen klassischen Literatur und war auch eine Inspirationsquelle für den großen deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Maxime von Mador Er wurde Ende des vierten Jahrhunderts in Tagast, Sugaras, geboren, von berberischer Abstammung. Maxime war ein berühmter Grammatiker, Rhetoriker und Professor an der Universität von Mador. Einer seiner bis heute erhaltenen Briefe spiegelt seinen Austausch mit St. Augustin wider. Dieser Brief war eine Inspirationsquelle für Voltaire, eine bedeutende Persönlichkeit der französischen Literatur, der 1766 in einer Notiz über Maxime von Mador schrieb. Der Maxime, um den es hier geht, war ein Afrikaner, der in Mador geboren wurde, das heute in dem Land von Algier liegt. Er lebte zu Beginn der Zerstörung des Römischen Reiches. Mador, eine Stadt, die für ihren Handel bekannt war, war vor allem noch wichtiger für die Geisteswissenschaften, dort wurden Apuleius und Maximus geboren. Der heilige Augustinus, ein Zeitgenosse von Maxime, wurde in der kleinen Stadt Tagast geboren, wuchs in Mador auf und Maxime und er waren trotz unterschiedlicher Meinungen immer Freunde. Eine zweifelsfrei sehr traurige Bemerkung, dieser Teil Afrikas, der einst so viele Gelehrten hervorbrachte und der wahrscheinlich seit Atlas die erste Schule der Philosophie war, ist heute nur noch wegen seinen Korsaren bekannt. Zum Schluss. Das alte Nordafrika war stärker urbanisiert als Europa. Mehr als 50.000 Inschriften, die bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt wurden, bestätigen den weitreichenden Einfluss der Kultur, mehr als irgendwo sonst im Römischen Reich. Nordafrika versorgte damals das gesamte Reich mit Grammatikern und Rhetorikern. Dank eines Bildungs- und Bibliothekssystems, das vollständig von reichen nordafrikanischen Persönlichkeiten finanziert wurde, setzte sich die kulturelle Vitalität durch, in einem geografischen Raum, in dem sich afrikanische, berberische, punisch, griechische und römische Einflüsse vermischen. Gelehrten, die an der Südküste des Mittelmeers geboren wurden und in der Mutter Erde des alten Algerien verankert waren, haben der Nachwelt Manuskripte hinterlassen, die seit mehr als 1600 Jahren zur kulturellen Bereicherung der Menschheit beigetragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017